Der ist cool! Ehrlich! Aber dafür die Mehrheit und nach der Richtung die Möchtern zugaben. Was kriegen wir denn jetzt? Überraschung! Okay, dann sage ich groß noch Sie und Barthami mit ihrer Überraschung für uns. Oh mein Gott, das ist eine Freude! Okay, die Überraschung, die lösen wir jetzt gleich auch. Den Titel, den wir jetzt noch singen werden, ihr kennt vielleicht einige schon, der heißt Dance Under the Moonlight. Und da geht es um, ich weiß nicht, habt ihr das Video schon gesehen? Ja? Und das ist in einer Fantasiewelt. Und auch in Leeds singen wir über verschiedene Fragenwesen und die rufen wir auf. Ihr müsst jetzt ganz, ganz doll mit uns rufen, ja? Wir rufen, also ich erkläre euch jetzt mal, was ihr rufen müsst. Ich sag jetzt and all the elves, und dann sagt ihr alle ruft ihr zurück, elves! Okay? Wir probieren das mal aus. Ganz laut rufen, ja? And all the elves! Elves! Bisschen lauter! And all the elves! Elves! Ja, das ist gut, das müsst ihr euch schmerzen, das ist Nummer eins. Ja, das ist Nummer eins, also ich gehe Nummer zwei und bei mir müsst ihr rufen wizards, das heißt Zauberer, also ich rufe and all the wizards und ihr ruft zurück wizards, okay? Ja, 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 okay. Ja, da bin ich der Rahm, ich bin die Dritte und bei mir sagt man die kleine Zwerg Robits. Und ja, das wir es nochmal ausprobieren. And all the hobbits! Robits! And all the hobbits! Ja, ganz gut, ganz gut. Bei mir kommt das Gegenteil von der, das heißt bei mir kommen jetzt die Trolle, ganz großen, und das heißt, also wir zwischen uns einfach mal, and all the trolls! Ja! Also zwei haben... Nee! Also bei mir sagt ihr bitte Dance zurück, ich hab so ne kleine Falle, ne? Muss man checken, also pass auf! And all the trolls! Und ihr schreibt ganz laut zurück Dance! Dann seht mal dabei die Arme, bitte, ich möchte Arme sehen. Ja! So! Wo ich, wo ich, wo ich wo kann, sag ich doch, also! And all the trolls! Dance! Okay, jetzt wird's ein bisschen schwieriger, wir probieren das jetzt mal in einem Turschauf, ja? Mal gucken, ob ihr das hinbekommt. Ich hoffe, ihr habt euch noch gemerkt, wer was hat, ja? Aber wir rufen's ja immer vor, wir probieren's mal, es geht los! And all the elves! And all the wizards! And all the hobbits! And all the trolls! And all the trolls! And all the trolls! Super! Das sieht gut aus! Und jetzt, wenn wir das Lied für euch singen, dann müsst ihr ganz laut mitrufen! Und jetzt für euch Stern von Deinem Online! Spass! Spass!